Tahiti, ich komme! KAL! Hab ich dir nicht gesagt, du sollst im Urlaub nicht arbeiten? Los, gib mir die Sense und zwar schnell! Was soll das? Ich bin schockiert. Erst vorgestern meintest du, wir müssen hier weg. Ich muss unbedingt loskommen von diesem Job. Und jetzt arbeitest du hier hinter meinem Rücken. Du wirst diesem Hasen kein Härchen krümmen. Nicht diese Woche. Nein, 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 nein. Und jetzt will ich nichts mehr von dir hören. Du hast genug gesagt. Ich bring das jetzt zurück in unser Hotelzimmer. Und wenn ich gleich wiederkomme, war's das mit der Sense. Kein kluger Schachzug, KAL. Aaaaaah! 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 Oh, ihr wolltet also eine Partie Crockett spielen. Was für eine nette Idee. Oh, okay. Dann spielt ihr mal schön. Oh, was ich noch sagen wollte. Ich werde mir eine Stunde Wassergymnastik gönnen, Delfin schwimmen, dann einen Kurs in Inseletikette. Oh, 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 vergiss nicht, wir kriegen später noch eine paar Massage. Ich glaube, die Massage wird dir wirklich gut tun. Oh, übrigens, diese Sachen sind ja echt gefährlich. Vulkane, Krokodile, Parasailing. Wow. Echt, Wackarotten? Die sind orange. Ist was Lava? Oh, 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 oh. Hallo, ihr Hündchen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich werde Parasailing. Ups, meiner funktioniert nicht. Oh, 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 oh. Ja. Oh, wow, eine echte Opferstätte. Also, ich denke, man stellt sich hier drauf, zieht den Hebel und bugatabugatabu. Ja. Das ist wohl eine Attrappe. Humate! Krokodilgehege. Krokodilgehege. Was läuft, Doc? Oh, ich liebe Parasailing. Willst du dieses Mal auch mitkommen? Oh, du hast Höhenangst? Ist schon okay. Ich fürchte mich dafür verbiebern. Kann ich mitkommen, Bugsy? Klar doch, Cheryl. Ich kann ja fast die ganze Insel von hier sehen. Ah! 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 Rimmie, du hast uns gerettet. Oh, du bist einfach der Größte. Erst mehr als das. Erst ein Hate. Ich bin Bunai Bugsy. Bunai Bugsy? Bunai Bugsy. Ich bin der Schutzgeist der Insel. Hugachaka, Hugachaka, Hugachaka. Hugachaka, Hugachaka, Hugachaka. Hugachaka. Oh, was ich noch gerne hier hätte. Verbringt noch einen Monat auf der Insel und ihr bekommt freien Zugang zum Haifischbecken und anderen Annehmlichkeiten. Ihr drei könnt gemeinsam im Krokodilpente ausweilen und das alles umsonst. Auf einen schönen Urlaub mit Freunden. Oh, wir würden gerne noch einen Monat bleiben. Hurra! Noch einen Monat mit Freunden? Karl, du bipperst ja. Er ist so glücklich. Weinst du etwa, Karl? Linkin, Linkin, was denkst du? Welche 24 Millionen Besucher jährlich ansehen? Faszinierend. Genieße deine kostbare Freiheit, solange es die noch gibt, Bengel. Es gibt noch mehr zu besuchen. Endlich. Diese Dokumente werden uns zur mächtigsten Nation der ganzen Welt machen. Hä? Was ist das? Ein Souvenirlöffel von Thomas Jefferson Memorial? Pourquoi? Eine Jimmy Carter Schneekugel? Äh, Karotten aus dem Weißen? Du! Claudette hier. No, Pierre, es gab eine Verwechslung. Ein ignoranter, amerikanischer Ase hat die Tasche. Nein, keine Ausflüchte. Ich werde sie mir zurückholen. Na, hübscher Ase, ich sehe, Sie haben meine Tasche. Mein kleines, blödes, amerikanisches Hirn hat sie einfach da stehen lassen. Also nehme ich sie mir jetzt einfach zurück. Hände weg von meiner Tasche, wenn ich bitten darf. Ich würde vorschlagen, Sie gehen zum Fundbüro. Das ist da lang. Viel Glück. Bitte, Monsieur Bani, dafür gebe ich Ihnen auch all das Geld. Na, das ist doch offensichtlich falsch, Geld. Sind Sie denn von hier? Mua? Äh, ich bin aus, äh, Minnesota, wissen Sie? Nun seien Sie ein Schatz und geben Sie mir meine Tasche. Ne, 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 nicht so schnell, Lady. Wenn Ihnen meine Tasche so gut gefällt, kaufen Sie sich ein Imitat. Denn wenn es eines in DC gibt, dann Imitate. So schnell kannst du mich nicht loswerden, Mr. Banihasi. Mein Ode-Piu-Nummer-Sang wird seine Dienste tun. Nehmen Sie eine Gratisprobe von DC's Highestem Cologne, Washington Whiff. Ich bin aber mehr der Ode-Natur-Bursche. Aber ich glaube, es könnte nicht schaden. Sie gehört mir, mir allein. Ah, da ist ja meine Tasche. Hatte mich schon gefragt, wo sie ist? Claudette hier? Oui, Pierre, ich hab ihn im Visier. Oui, keine Sorge. Dieser amerikanische Schwachkopf wird gegen mich nicht ankommen. Schnappschuss. Herzlichen Glückwunsch. Was? Sie sind der einmilliardste Gast, der das Washington Monument dieses Jahr besucht. Das macht Sie zum glücklichen Gewinner dieses Schecks über eine Milliarde Dollar. Unterschreiben Sie einfach ihr und Sie bekommen lebenslang Hamburger, Bommes und diese Röchen-Osen. Ähm, okay. Aber was soll ich denn mit meinen Sachen tun? Stellen Sie sie ab. Und jetzt unterschreiben Sie mit meinem Explosiv-Cooley. Schön, danke. Explosiv-Cooley? Von der Marke habe ich ja noch nie was gehört. Man könnte fast meinen, das bedeutet, dass der... Doch, dann schreibe ich jetzt! Mein Explosiv-Cooley wird kurz den Prozess mit diesem lausigen Asen machen. Verzeihung mir, wussten Sie eigentlich, dass das Washington Monument 555 feet groß ist? Das ist so hoch wie 687 Nummer zwei Bleistifte übereinander. Wie faszinierend. Hier haben Sie den Cooley wieder. Dann muss der wohl defi... Da ist ja mein Fotoapparat. Hey, wo ist die Tasche schon wieder? Äh... Mon Tasche... Rettet die Pflanzen! Er kommt zurück. Ich muss fliehen. Das war nicht zu Ende gedacht. Ja! Come on, Bär! Sie haben meine Tasche gefunden. Oh nein, Finger weg! Nein! Wussten Sie, dass das Lincoln Memorial so massiv ist, dass es sogar Laserbeschuss standhalten kann? Saszinierend. Was soll das werden? Meine Tasche! Ich habe schon immer gesagt, dass man Gnade vor Gerechtigkeit walten lassen sollte. Na, nicht wirklich. Was für ein Käse! Oh, und Bugs, ich habe deine Kuriertasche. Oh, danke, Abe. Ja, Mr. President! Die Lincoln Statue wurde soeben deaktiviert. Over and out! Oh, Hallöchen! Willkommen zum Lincoln Memorial! Wussten Sie schon... Willkommen bei Nordwurst Airlines. Wie kann ich Ihnen... Was wollen Sie? Nur einschicken. Weißt du, warum alle so gestresst sind? Schlechtes Zeitmanagement. Aber ich nicht. Ich habe mir mehr als genug Zeit mitgebracht. Hier ist Ihr Ticket, Mr. Bunny. Ihr Flieger startet in zehn Minuten. Du meinst eine Stunde und zehn Minuten, Doc. Es ist 20 nach acht. Letzte Nacht war die Zeitumstellung. Es ist Sommer. Sommer. Sie sind zu spät. Was? Ich muss sofort zum Flugzeug. Hier arbeitest du auch? Ich mache hier alle Jobs. Deshalb ist Ihr Ticket auch so preis... so billig. Und nun folgen Sie mir, bitte. Das ist nicht nötig. Ich bin schon geflogen. Also finde ich die schnellste Schlange auch allein. Hä? Ach, das ist doch zum Mäuse melken. Ich habe versucht, ihm zu sagen, welche Schlange die schnellste ist. Was zum... Oh, hallo. Hast du gedacht, ich würde es nicht merken, wenn mir jemand unter den Kild gucken will? Haut los ab, Bunny. Hopp, hopp, hoppelnder Bim Bam. Tut mir leid, Mr. Bunny, aber Sie können nicht durch den Gepäckscanner. Sie müssen durch den... Personen, äh, den... Personen, äh, den da. Na gut. Aber zuerst müssen Sie... Ich wollte Sie warnen. Sie müssen die Uhr ablegen. Und das Hemd. Vergessen Sie die Schuhe nicht. Werfen Sie einfach alles in die Tonne. Das war schon alles. Sie können jetzt reingehen. Bitte heben Sie Ihre Arme, Mr. Bunny. Nein, nein, ein bisschen höher. Ach, komm schon. Weiter auseinander. Ich habe keine Zeit für sowas. Mr. Bunny, es tut mir leid, aber ich muss Sie noch in einen anderen Raum bringen für noch eine gründlichere Untersuchung. Wir müssen zu dem Raum am Ende des Sturfs. Aber ich muss meinen Flieger kriegen. Gehen wir einfach in dieses Zimmer hier. Puh, das riecht ja wie in einem Stall hier drin. Das erklärt alles. Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich würde ein paar Fenster öffnen und, wissen Sie, vielleicht doch mal die Wände neu anstreichen. Ich komme dann später wieder. Ich werde Sie nur mal ganz schnell abtasten, okay? Da bin ich vom Regen in die Tränke geraten. Tatschen sind leer. Ich muss nur noch prüfen, ob Sie auch nichts an Ihrem Körper verstecken, okay? Kopf ist okay. Schultern sind okay. Knie sind okay. Füße sind okay. Kopf und Schultern, Knie und Fuß sind okay. Kopf und Schultern, Knie und Fuß sind okay. Augen, Ohren, Nase und... Man weiß ja nie. Kopf und Schultern, Knie und Fuß sind okay. Ich durchsuche nur noch schnell Ihre inneren Hohlräume, okay? Okay, nichts zu beanstanden. Zu allen Flugzeugen. Mr. Bunny, Sie gehen in die Fahrt, in die Fahrt 4S läuft rückwärts. Dann schalt's um! In Ordnung, ab, aber der Schalter ist da hinten. Hey, Karotoga, das ist mein Flug. Jetzt. Und der startet jetzt? Ja, jetzt. Aber nicht ohne mich. Oh nein! Ich wette, er schafft's nicht. Oh, Mr. Bunny, steigen Sie ein! Eine Chance, Schweinchen! Ich muss ganz schnell zu Gate J11! Aber, Mr. Bunny, Sie fahren in die, in, in die... Ha, ha! Hier, hopp! Ha! 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 Ich bin hier, ich hab's geschafft, das ist Gate J11! Ja, Mr. Bunny, Sie sind bei Gate J11, aber... Ja, mein Ticket, ich weiß, hier ist es. Ja, aber ich hab versucht, Ihnen zu sagen, dass das Gate geändert wurde! Wo ist das neue Gate? Es ist, äh, es ist, 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 da drüben. Das kann ich noch schaffen! Da ist es, ja! Bin fast... Halt! Nein! Nein, 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 nein! Ähm, Mr. Bunny, sprüngen Sie! Ich hab einen Plan, wie Sie Ihren Flieger kriegen. Wir müssen uns beeilen. Halten Sie das Rusei fest! Ähm, wie wollen wir denn... Ah! Dann! Au! Oh, na endlich! Hier spricht Ihr Captain! Was? Wir haben klaren Himmelfüffel für unseren Flug ins sonnige Karatoga-Tal! Nein, 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 nein! Das kann nicht sein, das kann nicht sein! Der war doch gerade noch da unten! Hey, Mr. Bunny, ich hoffe, Ihr Sitz ist... Komm, 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 möchten Sie ein Kissen? B-b-b-b-b-bitte, halte durch! Mhm. Warum sind wir mitten in der Wüste? Wie konnten wir uns nur so verfahren? Nun ja, ich hab aufgehört, auf den Weg zu achten. Gib jetzt Gas, damit ich noch zur Party kann, bevor sie vorbei ist. Äh, aber das Auto ist, ist, ist über... Okay, was immer Sie sagen. Ah! Hör mal, Freundchen, diese Art Fahrdienst ist doch nichts für mich. Ich kann Dich wirklich gut leiden, aber ich denke, das war's dann wohl mit unserer gemeinsamen Fahrt. Mann, was für ein Hohlkopf! Was zur... Na, großartig, echt! Wie soll ich es denn jetzt noch zu der Party schaffen? Willkommen an Bord, b-b-b-nutzen Sie die Leiter. Was hab ich denn sonst für eine Wahl? Wir sollten jetzt echt Zeit aufholen. Festhalten! Äh, Freundchen, kann man damit nicht schneller fahren? Wir halten uns an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Lässt du mich bitte mal einen Moment den Ballon fahren? Wenn Sie unbedingt wollen. Aber Sie müssen gar ganz vorsichtig a-an... Ja, ja, schon verstanden. Das war knapp. Sie sollten doch vorsichtig a-an der Leine ziehen. Zweimal auf ihn reingefallen, von wegen Schweinhaben. Springen Sie rein. Weniger Reden, mehr Gas gibt Gummi. Nimm die Abwurzung! Nimm die Abwurzung! Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß, was wir tun können. Ich hab das so ne... K-k-k-kommen Sie mit! Okay, Freundchen. Sag, was hast du jetzt noch? Hä? Na toll! Das Schwein ist verschwunden! Hey, B-b-bax! Bring mich zu der Party. Diesmal werde ich auf dich hören. Hasen, Ehrenwort! Kling, 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 Kling! Also auf, 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 aufsteh! Okay, stehe! Sie haben mich nicht aussprechen lassen. Ich wollte sagen, dass Aufstehen in einem Kanu keine gute Idee ist. Das ist nicht auszuhalten! Dieses Schwein hat wohl nicht alle Tassen im Schrank. Was zum... Ihr Hu-hu-hu-Hundeschlitten steht bereit. Äh, was könnte denn dabei schieflaufen? Sind Sie bereit? Erst anschneiden. Los geht's! Okay, ich muss nur noch rasch die... Was? Die Hu-hu-hu-Hunde anleinen. Du hattest diese Hunde noch nicht angeleint? Na, na, das war's doch, was ich Ihnen noch sagen wollte. Also gut! Es reicht jetzt! Was stimmt denn nicht mit dir? Aber, aber, aber ich... Machst du das eigentlich mit Absicht? Kann das sein? Du versaust jede Sekunde meiner wertvollen Zeit! Jedes Mal, wenn ich dir vertraue, machst du's noch schlimmer. Aber, 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 ich, aber, aber... Keine Chance, ich gehe lieber. Aber sie, aber, aber sie... Dann bin ich da, bevor du deinen Satz beendet hast. Aber, 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 sie, 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 sie sind nicht gerade freundlich. Das ist Ihnen doch klar, was? Aber, 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 wir haben es doch geschafft. Dieses Schweinchen ist schon eine Marke. Vielleicht war ich doch etwas zu streng zu dem Kleinen. Aber welcher Guberfahrer verfährt sich schon auf dem Weg durch den Wald? Ich wollte zur Party. Party? Du bist aber früh dran. Die ist doch erst nächste Woche. Ah, da ist ja wieder mein Freund. Hab wohl Schwein gehabt. Also, fährst du mich zurück? Hallo. Ich hatte gehofft, Sie würden fragen. Kein, kein, kein... Kein Problem, was? Keine Chance! Die, die, dieses über, überhebliche K-K-K-Karnickel kann selbst sehen, wo es bleibt. Die Tour beginnt hier. Wow, ist das eine der grünen Auen, von denen ich im Reiseführer gelesen habe? Ja, es ist eine irische Tradition, dass Besucher durch unsere üppigen, saftigen, dichten Wiesen laufen. Wer als Letzter drin ist, ist ein labbriger Keks. Wui, juhu. La, 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 ich frohlocke. Sobald er auch nur den leisesten Fuß in eine der Bärenfallen setzt, die ich in der Wiese versteckt habe, schnapp, dann werden diese Hasenfoten und all ihr Glück endlich mir gehören. Was für ein toller Spaziergang. Und sehen Sie, was ich gefunden habe. Aber ich brauche kein extra Glück, da ich ja diese großen Hasenfoten habe. Hapsender James Joyce, ich brauche dieses Glück. Oh ja, du heizt! Wacht! Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe mein ganzes Glück verloren. Der zweite Halt unserer Tour durch Irland ist der Blarney Stone. Für die Gabe der Sprachgewandtheit müssen Sie ihn küssen. Okay, Meg. Und wenn du ihn küsst, dann löst du das Dynamit aus, das ich versteckt habe. Und dann bläst es sich ins Himmelreich. Zurückbleiben nur deine Hasenfoten für den alten Shameless. Schon fertig. Das war einfach. Sie haben ihn schon geküsst bei Michael Flatleys Plattfüssen. Der alte Blarney Stone. Das verstehe ich nicht. Der echte. Das ist alles richtig verkabelt. Ich kann mir das mal ansehen, wenn du willst. Ja, bitte. Dann gucken wir mal. Ah, hier ist das Problem. Ist das was Ernstes? Für Arbeit und Ersatzteile macht das 200 Euro. Was? Das ist reinster Straßenraub. Wenn ich dir das Zeichen gebe, probier es doch mal. Und wehe, das klappt nicht bei dem saftigen Preis. Okay, los. Jetzt habe ich die Gabe. Unser nächster Halt ist dieses malerische Bett in Breakfast. Es gibt nichts Besseres als die irische Gastfreundschaft. Und deshalb dachte ich, ich bringe sie hier unter für ein kleines Hackerchen. Nickerchen. Das ist klasse, Mick. Aber die Decke ist zu kurz für mich. Oh, das ist eine irische Tradition. Niemand schläft hier mit den Füßen unter der Decke. Wenn Sie es sagen, Mick. Aber wenn ich einschlafen soll, müssen Sie mir eine gute Nachtgeschichte erzählen. Okay, Häschen. Es war einmal ein Ritter, der auf der Jagd nach einem Greif war. Oh, was viele nicht wissen, Greife sind Perfektionisten. Oh, der kleine Kobold ist eingeschlafen. Gute Nacht, schlafe sacht. Träume süß, kleiner Kobold. Wer sich nicht rührt, wird fest eingeschnürt. Nur die Füßchen gucken raus. Psst. Er schläft friedlich und still. Doch ich weiß, was er will. Bei Pierce Brosnan's dick im Zeh. Oh, habe ich sie geweckt? Oh, zum Kuckuck. Die Decke steckt so fest. Die kann mich kaum bewegen. Hol mich hier raus, Hase. Warum, damit du dir meine Glückshasenpfoten holen kannst, Shameless? Sieh zu, wie du klarkommst. Komm hierher zurück, du. Niemand kennt Irland so gut wie Shameless Uskanti. Halt. Okay. Sehr klug, Hase. Du kannst den Schicksal nicht entkommen. Wärst du so freundlich, mir einen kleinen Schritt entgegenzukommen? Tut mir leid, bist wohl etwas zu kurz geraten. Wolen Zerrells Infektion. Bono tat das weh. Da bist du ja, mein verlorenes Schaf. Ich habe dich schon überall gesucht. Und ab mit dir. Ab in die Webstube. Die Webstube? Ja, in die irische Tradition. Hereinspazieren. Zuerst scheren wir deine Wolle. Nein, 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 nein. Halt, steh, wenn du zappelst, schneide ich dir noch was ab. Das war's schon, sauber wie irisches Quellwasser. Apropos sauber, schnell noch waschen. Und jetzt zum Webstuhl. Kommst du mal nach Irland, rette deine Haut. Traue keinem Kobold, der Hasenpfoten klaut. In Irland webt und singt man, das ist hier der Hit. Und alle hier in Irland singen gerne mit. Hol mich hier raus, Hase. Ich habe den Knopf vergessen. Und so beenden wir unsere Irland-Reise mit einem herausragenden Beispiel für die traditionelle irische Webkunst. Junge, da mache ich eine Gratis-Reise nach Irland und alles, was ich bekomme, ist ein lausiger Pullover? Da ist ja der verschollene Tempel von König Nihaschts. Gemeinsum. Gib her, ich helfe dir da mit. Leg den Rest hier einfach irgendwo auf den Boden. Jetzt komm schon, Hase. Lass uns das Tageslicht nutzen. Vertrau niemals einem Cowboy, der von schnellem Reichtum träumt. Hier drin ist es aber ganz schön dunkel. Ja, und ich spüre auch irgendwas über meinen Rückenkrabeln. Ich mach besser mal Licht an. Hallo, kleines Kerlchen. Na los, lauf schon. Sind da irgendwie Spinnen auf mir? Nee, alles in Ordnung. Jetzt hör mal zu, Hase. Du bringst mich durch all die Tempelprüfungen, damit ich mir dieses Medaillon holen kann. Zuerst müssen wir durch die Kammer der verbotenen Schritte. Der Legende nach ist jeder Raum mit einer Menge Fallen bestückt. Also, gehst du besser vor, Hase? Schon gut, Doc. Du musst keinen Druck aufbauen. Kaiserschmarrn und Mäusespeck, Gulaschtopf und Süßgebäck. Das lassen wir uns heute schmecken, werden uns die Finger lecken. Hey, geschafft. Du bist dran. Ach, na gut. Kaiserschmarrn, Mäusespeck, Wacke, Wacke, Kuchen. Das Wecker hat gerufen. Hoppe, hoppe, rein. Heile, heile, sing. Auf, auf. Ich weiß nicht, was daran lustig sein sollte. Du hattest recht, Doc. Dieser Ort ist äußerst heimtückisch. Warum glaubst du, hab ich dich mitgeschleppt? Ich geb dir einen Hinweis, nicht weil ich einsam bin. Rann um dein Leben. Katastrophe abgewendet. Ich bin kein Geologe, aber das sieht mir physikalisch unmöglich aus. Was denkst du, bedeuten diese Hieroglyphen? Sie sagen, willst du in Pharaos Grab gelangen, musst du um dein Leben bangen. Ich bin die letzte Mal als Erste gegangen, also... Keine Chance, du gämlicher Esel. Du wirst dich jetzt dem Feuer stellen. Ah, verstanden. Wie immer eine Sache des Timings. Also, guck zu. Eins, zwei, drei. Springen, landen, ducken, rollen, springen. Durch den Reifen, landen, springen, fallen, rollen. Eins, zwei, drei. Springen, ducken, springen, landen. Und voila. Hast du's gesehen? Ganz einfach. Ach, was soll das Ganze? Sieh an, da ist sie ja. Die verfluchte Münze von mir haben nie hascht's gemänsum. Verflucht? Du hast nichts von verflucht gesagt? Was macht das für'n Unterschied? Sie wird mich reich und berühmt machen. Schon okay, Doc. Ich kenne die Regel. Ich zuerst, wie immer. Du bleibst schön hier, du Rotzlöffel. Ich hab mich doch nicht so weit vorgekämpft, damit du mir den Schatz klaust. Dieser blöde Hase würde den noch für Karottenchips eintauschen. Meine Jubiläumsmünze. Die ist nichts mehr wert, aber das weiß der ja nicht. Geil. Puh, aufregend, nicht wahr? Großer Pfarrer, O-Mir-Hob. Du magst es, den Geist von mir haben zu ent... Den Geist von mir haben nie hascht's gemänsum. Ha! Jais! Bäh! Bäh! Der Fluch ist wahr! Hey, meine Karotte! Lass mich bloß nicht zurück! Die Münze! Der Schatz! Ja! Gut, vor dem werde ich wohl ein Weilchen meine Ruhe haben. Hey, sieh dir mal das an! Da ist ja der Automat wieder. Schön, diesmal habe ich diese merkwürdige Münze aus dem Tempel. Dann versuch ich's mal damit. Was? Jetzt komm schon! Und, äh, ah, Sam hat recht! Ah! Auf der Münze liegt ein Fluch! Hey, vielleicht doch nicht. Ich schomb Also, hier kann man sich mit ihm aus